ALAV, HELLAU, AHOI! Karneval fällt aus, aber nicht mit uns. Hier kommt das Etwas-André-Karnevalskonzert mit André, unseren besonderen Ehrengästen Mirko Bäumer von den Blackfirs und Basti Kampmann von Casalla. Und natürlich mit dem WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Rasmus Baumann. Untertitelung des ZDF, 2020 Denn wenn ne Trömmel schiebt, da stand'n halt parat und mal Strecke durch die Welt und jeder hat gesagt, okay. Hey, 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 hey. Wieso, was meinst du denn mit hey, meinst du etwa hey lau, was läuft? Ja, ein Konzert. Und was machst du hier? Ich sorg dafür, dass hier Musik läuft. Da 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 da. Warte doch mal, wir reden gleich nochmal, Dackel. Aber ihr zu Hause, ihr holt jetzt alle eure selbst gebastelten Trommeln raus. So, Achtung. Ich hab auch eine. So, und wer keine hat, der nimmt sich einfach einen Eimer oder einen Topf oder seine Oberschenkel oder Papas Bauch. Egal was, Hauptsache, ihr trommelt. Also, Musik ab. Musik Jedes Jahr im Winter, wenn es wieder schneit, könnt ihr fast labeln, denn wir sind all bereit. All die Kölsche Jecke sieht man auf der Straße, selbst der kleinste Pans, der bis jetzt jedes, jeder los. Denn wenn ein Krammelschen-Liederstand war er parat, und man drehte durch den Stab, und jeder hätte gesagt, Kölle, Olaf, Olaf, Kölle, Olaf. Denn wenn ein Krammelschen-Liederstand war er parat, und man drehte durch den Stab, und jeder hätte gesagt, Kölle, Olaf, Olaf, Kölle, Olaf. Jo, am 11.11. geht das Spilschel los, denn dann wird der abgemacht, ja, wat het doch kost. Der Oma geht um Pfandhaus, versetzt das letzte Stück, denn er fasst erlaubend, ist für sie das größte Glück, um den Wendern. Krammelschen-Liederstand war er parat, und man drehte durch den Stab, und jeder hätte gesagt, Kölle, Olaf, Olaf, Kölle, Olaf. Denn wenn ein Krammelschen-Liederstand war er parat, und man drehte durch den Stab, und jeder hätte gesagt, Kölle, Olaf, Olaf, Kölle, Olaf. Ole, Olaf, 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 Was denn? Ja. Wusstest du, dass das Trömmelsche zu den Hauinstrumenten gehört? Ja, fast. Es gehört zu den Schlaginstrumenten. Aber ich hau hier gleich mal auf den Tisch. Was? Ja, was machst denn du hier? Wie, was mach ich hier? Ich feiere Karneval. Das sieht doch ein Seestand ohne See. Ja, das sehe ich auch, aber das ist eigentlich das etwas andere Karnevalskonzert. Ja, das ist mir natürlich nicht in Gang, weil ich bin extra hier hingegangen. Denn ab sofort ist das hier das etwas andere Karnevalskonzert mit Dackel. Aber was sagt denn bitte Isabel dazu? Du hast doch sonst mit ihr deine eigenen Konzerte. Das willst du gar nicht wissen. Doch, nee, doch, nee, doch, nee, doch, genau. Ja, was? Ach so, oh Mann, Moment. Ach, so. Hallo Isabel, hier ist der Dackel. Ja, dein Dackelchen. Ja, freust du dich? Nicht doch, doch freust du dich. André will unbedingt wissen, wie du es findest, dass du mich loswerden wolltest. Was? Wie, du hast ihm eine Nachricht auf die Mailbox ge... Oh. Und, was hat sie gesagt? Ähm, ich soll dir sagen, dass Isabel keine Nachricht auf deiner Mailbox hinterlassen hat. Ja, genau. Hey, André, Handys sind hier im Konzert, aber verboten. Oh, sie hat eine Nachricht geschickt. Oh, nee. Ha, sogar eine Videonachricht. Oh, wei. Hallo, lieber André. Karnevalspartys müssen ja dieses Jahr leider ausfallen. Dackel kann das nicht aushalten. Und ich kann Dackel nicht aushalten, weil ich nämlich arbeiten muss und Dackel... Es haben sogar schon Leute aus Hamburg angerufen, um sich zu beschweren wegen der Lärmbelästigung. Ach, egal. Dackel ist mir das bei dir mitfeiern? Nur dieses eine Mal? Oh. Bitte. Hast du noch? Also erstens, so dick wie in dem Video sehe ich ihn echt gar nicht aus. Und ich finde, am Schluss übertreibt sie ein bisschen. Hört sich eher so an, als hättest du es ein bisschen übertrieben. Also genau richtig für das etwas andere Karnevalskonzert. Echt? Ja, sicher. Ja, ich meine, klar. Ja. Genau richtig ist ja schließlich Karneval. Ja, um es zu sagen wie die Mainzer. Wollen wir nein lasse. Ja, danke. Ja, danke. Also ein einfaches Jahr hätte ja auch genügt. Nee, heute hauen wir auf die Pauke. Und deshalb, ihr zu Hause schreit eure Antwort. So laut ihr könnt, soll Dackel beim etwas andere Konzert dabei sein. Bitte? Ihr sollt es rufen, nicht sagen. Also, soll Dackel beim etwas andere Konzert dabei sein? Ja, läuft. Ja, bitte. Geht doch. Ja. Was allerdings gar nicht läuft, das ist so, wie du aussiehst. Was? Wieso? Ja, ja, ja. Hallo, Karneval. Ja, da verkleidet man sich doch. So, ja, nee. Moment mal. Also, ich habe ja was versucht. Moment. Moment, aber das Problem war, erst, erst, erst wollte ich als Königspudel gehen. Aber das hat ein bisschen an den Hüften gezwickt. Das war zu Ende. So, und dann habe ich mir gedacht, ich gehe als Cocker Spaniel. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe als Cocker Spaniel Besitzer. Aber es war mir dann doch irgendwie ein bisschen zu dämlich. Ja, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Ja, aber dann dachte ich, Dackel-Alarv. Äh, aha. Ja, Alarv ist doch Kölsch. Und das heißt übersetzt über alles. Also ist das doch die beste Verkleidung für einen Dackel. Wie jetzt? Dann ist das hier deine Verkleidung? Dann bist du platt, was? Ja, irgendwie schon, aber... Ja, ja, ja. Wartet mal. Ich habe da die Idee. So, komm mal her. Was? So, Achtung. So, Kopf her, Mütze auf und fertig. Ja. Was bin ich jetzt? Äh, ein Zwergdackel. Äh, ach, sehr witzig. Und weißt du was? Ich, ich weiß jetzt, an was ich gehe. Als spanische Promenade-Mischung. Auch nicht schlecht. Passt zumindest ganz gut zum nächsten Stück. Ja? Das passt nämlich musikalisch bestens, oder Rasmus? Das stimmt. Wir wollen jetzt die Overtüre zur Oper Carmen von George Pizet spielen. Und die spielt in Spanien. Okay, also ihr zu Hause, holt schon mal zwei Topfdeckel, die ordentlich scheppern. Denn jetzt zur Overtüre von Carmen lassen wir es richtig krachen. Ihr, ich und Dackel. Olle! 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 Musik 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 André, wo bist denn du? Hattest du eine laufende Nase eingeladen? Ja, ich bin's doch selber. Das ist mein nagelneues Karnevalskostüm. Ich bin eine Spürnase. Und ich rieche Prominenz. Ja, das kenne ich. Flatulenz ist nämlich das medizinische Fachwort für wenn man pupst. Habe ich mal irgendwo gelesen. Aber wieso riechst du das? Ich habe doch gar nicht gepupst. Ja, das ist auch gut so. Aber ich kann das gerne nachholen. Moment. Nein. Nein. Dackel. Nicht Flatulenz. Prominenz. Promi was? Prominenz. Das heißt, es kommt jemand Berühmtes. Ja, also ich. Nee, du bist ja schon da. Ja, stimmt. So, und ihr zu Hause, ihr holt euch jetzt euren selbst gebastelten Piratenhut, ja, fahrt das Holzbein aus, den Enterhaken und setzt eine Piratengrimasse auf. Denn jetzt geht's los hier. Ja, da kommt Basti von Kazala. Ja, den meine ich doch die ganze Zeit. Das ist unsere Prominenz. Ach, naja, dann, dann mal los. Ha! Ha! Hey! 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 Et weet vor Zelz an des Schiffje sind Dat küt von Zündorf in des Stade rin Anders übrig ist et alt vorbei Ma hört nur lach und ich schrei Ilf staatsen Seel wie Sonne ruht Und in der Ordere Kölnchen is blut Lef en Herr jott storn uns bei Ma komme hoch bei ich will bei Pirate will dann frei Drehen wir Kölnchen, Ahoi! Rette sich mehr kann mal Ege Pirate will dann frei Drehen wir Kölnchen, Ahoi! Und er tut den Korb ob unser Fahrt Er den Rudepartner sah Hey jo! Hey jo! Hey jo! Hey jo! Hey jo! Hey jo! Hey! 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 Hey Der Mann schaffiert mit Käpt'n die Ecke, der weht der Mann an'n Deckchen rollt. Das sind zehn Liter Flüsse schjolt. Der Narr ist die Jung, kut' alle ran. Marische Schlamm zünd' die Lampe an. Der buddelt Kakao im Würge jetzt. Hüt versenk' immer dat Schiff. Pirate, will und frei, dreh' mal Köln, ahoy. Rettet sich, wer kann mal ergera'n. Pirate, will und frei, dreh' mal Köln, ahoy. Und der dudelkopp auf unser Fahrt, er nun ruhte Partner sein. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Pirate, wir sind nobel. Pirate, will und frei, dreh' mal Köln, ahoy. Rettet sich, wer kann mal ergera'n. Pirate, will und frei, dreh' mal Köln, ahoy. Und der dudelkopp auf unser Fahrt, er nun ruhte Partner sein. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Basti von Casalla und das WDR Funkhaus Orchester. Boah. Boah, schade, schon vorbei. Tschüss Basti. André, guck mal, wie findest du eigentlich mein neues Kostüm? Äh, was hast denn du da für Flausen am Kopf? Ja, hier. Mehr Schweinchen, was noch wachsen soll, oder was? Nee. Oder, äh, vielleicht ein Zwergdackel, der noch wachsen soll? Nee. Eine durstige Dauerwelle? Nee, ein begossener Pudel. Ha, ha, ja. Ha, ha, ha. Und was machen wir jetzt? Was hältst du denn von Kamelle werfen, weil doch der große Rosenmontagszug ausfällt? Oh. Oh, ja. Aber nur, wenn wir auch Hundekuchen werfen. Äh, warte, ich fang an. So. Hunde, nein, Hundekuchen. Hundekuchen, I love. Hundekuchen, I love. Was haltet ihr denn von Kamelle? I love. Hundekuchen, I love. Hundekuchen, I love. Kamelle. Hundekuchen, I love. Hundekuchen, I love. Ey, du hast mich voll getroffen. Ah. Hundekuchen, I love. Nichts mehr. Hundekuchen, I love. Und übrigens, Dackel. Hm? Du kannst nicht die ganze Zeit Allah rufen. Wieso denn? Hier schauen doch auch ganz andere Leute zu. Zum Beispiel aus Düsseldorf. Und was rufen die? Äh. Wauwau. Nee. Ciao, Kakao, Radau, Miau. Nein. Oh, ich hab's. Wauwau. Das heißt nämlich quasi Helau auf Dackelsprache. Ach so. Ja. Dann rate doch mal, was das hier heißt. Au, 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 au. Ach, André, du was kannst du hier doch nicht sagen. Wir sind ein Familienprogramm. Äh, ich dachte, das heißt, du musst immer das letzte Wort haben. Ach so, ja, du hast aber auch sehr schlechten Akzent gehabt. Oh. Deswegen wünsche ich mir jetzt mal ein Stück, bei dem man die Pfoten hochwerfen kann. Hä? Erasmus, kannst du André mal ein bisschen aufklären? Ist, glaube ich, nicht so heller heute. Also, wir könnten den Concours spielen aus Offenbachs Operette Orpheus in der Unterwelt. Da fliegen die Pfoten hoch. Ja. Okay, ihr spielt ihn und wir tanzen dazu. Auch ihr zu Hause. Hinstellen, wir lassen jetzt die Beine fliegen. Aber das Besondere ist, wir spielen Stopptanz dazu. Ja? Ihr stoppt die Musik zwischendurch und wir und ihr zu Hause bleiben dann wie eingefroren stehen. Okay? Hast du schon die Beine rausgeholt? Ja, ich habe mich schon mal bequem gemacht. Was? Ist das schon Stopp? Tolle Position auf einem Bein. Ihr sitzt ja alle, fast alle. So, weiter. Ich könnte ewig. Aber ihr zu Hause. Ich glaube, die Eltern denken sich auch, wenn wir uns nicht bewegen, dann können wir auch nicht verlieren. Kann ich jetzt ablegen? So, geht. Weiter. Ja. 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 Die Schreie beste Folgen. Ach, war es das. war es das? Nein! Dann weiter. Ah, das war's. Das war aber anstrengend. Ja, und mir ist ziemlich warm geworden, um ehrlich zu sein, ziemlich heiß. Boah, richtig heiß. Oh, das tut gut, Dackel. Ja, noch besser wäre es allerdings, du könntest mich tief rosten wie Elsa. Äh, heiß. Ja, und ihr zu Hause, ja, ihr könnt ja vielleicht euer Elsa-Kostüm rauskramen. Oder auch das Anna-Kostüm, oder auch das Olaf-Kostüm. Ganz egal, irgendwas, was so richtig schön abkühlt. Es geht auch Vanille-Eis, Erdbeer-Eis, Schoko-Eis, Waldmeister-Eis oder von mir aus auch Spiegel-Eis. Ja, Hauptsache, es macht schön kühl. Sag mal, äh, brauchst du nicht auch irgendwie eine Abkühlung? Was? Nee, ich geb mir bloß Mühe. Nicht, dass du schmilzt wie Olaf in der Sauna. Das wär ja blöd. Dann müsste ich das Konzert hier nämlich alleine schmeißen. Das Orchester ist nämlich auch weg. Was? Ja. Das Orchester ist weg? Mhm. Sag mal, aber, ach, stimmt ja. Hier, Dackel, wir sind auf der Eisbahn. Die machen da nämlich jetzt Musik. Gemeinsam mit der bezaubernden, mit der singenden Jana-Marie Kropp. Ja. Echt? Ja, da singen die Let It Go von Frozen. Ja, da singen die Let It Go von Frozen. Also, äh, da singen die Let It Go von Frozen. I'm the Queen Like this swirling storm Couldn't keep it in have a nose I've tried Be the good girl always have to be conceal don't feel don't let them know When all they know Let it go Let it go Can't hold it back anymore Let it go Let it go Turn away and slam the door I don't care what they're going to say Let the storm rage on The cold never bothered me anyway It's funny how some distance makes everything seem small And the fears that once controlled me Can't get to me at all It's time to see what I can do To test the limits and break through No right no wrong No rules for me I'm free Let it go Let it go Let it go I'm warm with the wind and sky Let it go Let it go You'll never see me cry Here I stand Here I stand And here I stay Let the storm rage on My power flurries through the air into the ground My soul in spiraling and frozen fractures all around And one thought crystallizes like an icy blast I'm never going back The past is in the past The past is in the past Let it go Let it go Let it go I rise like the break of dough Let it go Let it go Oh, the perfect girl is gone Here I stand In the light of day Let the storm rage on Cold never bothered me anyway Oh Du Dackel Ist ja auch so kalt mit mir We-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we-we Wenn der Kestel sowieso weg ist Dann könnten wir doch ein kleines Feuer mit den Holzinstrumenten machen Oh Ja, da wird mir direkt heiß Wir haben die doch mitgenommen, sind doch gar keine Instrumente da Ja, aber dahinten steht doch noch ein ganz großes Mit so ganz vielen Holzstäbchen obendrauf Ach so Sprichst du von meinem Xylophon? Wer, was, ich? Nee, warte mal, das Ding ist ein Telefon? Nein, kein Telefon Das ist ein Xylophon Oh, haha, das kenn ich Moment, hier, sowas hab ich auch Das kann ich auch spielen Ja Thorsten, bevor Dackel hier loslegt Könntest du vielleicht ein Stück spielen? Ja, wir könnten eine ganz berühmte Zirkusmusik spielen Die passt gut zu Karneval Ja, wir können eine ganz berühmte Zirkus 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 Wow, Thorsten Blumberg am Xylophon Mir ist vom Zugucken so richtig warm geworden und vor meinem inneren Auge habe ich schwebende Dackel, Zirkushunde und Wurstmagie gesehen. Oder Trapezkünstler und Seiltänzer und Zirkuspferde. Apropos Zirkuspferde, jetzt kommt ein Lied, das heißt das Rote Pferd. Und dazu müssen wir auf jeden Fall eine Polonaise machen. Was? Wieso denn jetzt Bolognese? Karneval isst man Krapfen und trinkt Bier. Ich meine Apfelsaft, aber da isst man nicht Nudeln mit Fleischsoße. Nicht Bolognese, Polonaise. Ja, da bildet man so eine Reihe, jeder geht hinter dem anderen her, man tanzt hintereinander her. Und dazu braucht man ganz viele Leute. Ach so, naja, dann tanzen wir eben einfach so, ganz ohne Carbonara oder wie das heißt. Genau, und zwar Polonaise übrigens. Ja. Zu dem Lied, hier mit dem Roten Pferd. Wie ging das nochmal? Da hat das Rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz nie fliegt, oder? Fliegt. Das ist nicht sein Ernst, oder? Jetzt ist Dackel eingeschlafen. Passt mal auf. Guck mal hier. Hahaha. Eine Hundepfeife. Was, was, was? Wo ist der Ball? Rotes Pferd. Hundeball, Hundeball. Kein Ball, Mann. Wisst ihr was? Wir machen's einfach direkt zum Lied. Alle zusammen. Wir zeigen euch, wie's geht. Und ihr macht mit. Ich wusste gar nicht, dass man damit auch Musik machen kann. Hier. Äh, wo hast du die denn her? Was? Wieso? Äh, ach so. Ich hab noch viel mehr davon. Die lagen bei dir in der Garderobe. Guck mal. Alter. Dackel. Was denn? Die hab ich mir ausgeliehen, weil die pfeifen so schön. Willst du noch mal hören? Ja, nee. Ja, wo ist der Ball, André? Hol den Ball, hol den Ball. Dackel. Es gibt übrigens im Orchester eine kleine Flöte, die in diesem Song hier die Hauptrolle spielt. Wie jetzt? Jemand spielt Hundepfeife im Orchester? Nein, keine Hundepfeife, sondern eines der kleinsten Instrumente im Orchester. Wie heißt das nochmal? Das ist die Piccolo-Flöte. Richtig. Richtig, Jörg. Die Piccolo-Flöte. Was? Du spielst auf einer Hundepfeife im Orchester, die Piccolo heißt? Nein. Piccolo ist italienisch und heißt klein. Und die Piccolo-Flöte ist die kleine Schwester der großen Querflöte. Und im Übrigen das am höchsten spielende Instrument des Orchesters. Ja. Dann spiel doch mal was. Ich glaub das war für Dackel ein bisschen hoch. Was? Nee, nee, nee. Das war ein Tanz-Move. Ja. Ich will jetzt endlich tanzen und mal wieder ein bisschen singen. Aber abgesehen davon haben Dackel wirklich sehr, sehr, sehr gute Ohren. Sie können sogar Ameisen pupsen hören. Hör mal. Ach nee, das war ich. Okay. Ich würd sagen Musik ab. Ah. So. Ihr nehmt schon mal eure Tanzposition ein. Ah. 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 Da war sie wieder da und macht ne Gruft herauf, obwohl sie doch nur eine kleine Fliege war und sie sprach bitte sehr, ich find das gar nicht mehr, wenn du nicht aufhörst, hol dich meine Freunde her. Oh man, ihr Leute zu Hause, tanzet ihr mit? Macht ihr das mit, was der André macht? Der hat ne tolle Choreografie, oder was? André, du machst das super. Ja, pass auf. Da hat das rote Pferd sich einfach rumgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm, sie machte Summ, Summ, Summ und flog mit Fliege drum ums rote Pferd herum. Da war sie wieder da und macht ne Gruft herauf, obwohl sie doch nur eine kleine Fliege war und sie sprach bitte sehr, ich find das gar nicht mehr, wenn du nicht aufhörst, hol dich meine Freunde her. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, bop, bop, bop. Äh. Wer muss jetzt, äh, muss ich wieder singen? Oh, äh. Äh, die können erst weiterspielen, dass ich den Einsatz gebe und wieder singe. Das kann doch ein bisschen dauern. Ich müsste mir noch die Fingernägel machen. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Okay, ich singe ja. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliegel abgewehrt. Die Fliegel war nicht dumm. Sie machte Summ, Summ, Summ und flog mit viel Gebrumm ums rote Pferd herum. Da war sie wieder da und machte Großtragar, obwohl sie doch nur eine kleine Fliege war. Und sie sprach bitte sehr, ich find das gar nicht fair, wenn du nicht aufhörst, hol ich meine Freunde hier das rote Pferd. Nicht einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliegel abgewehrt. Die Fliegel war nicht dumm, sie machte Summ, Summ, Summ und flog mit viel Gebrumm ums rote Pferd. Und da war sie wieder da und machte Großtragar, obwohl sie doch nur eine kleine Fliegel war. Und sie sprach bitte sehr, ich find das gar nicht fair. Wetten, ich kenn den besten, den witzigsten, den zum Schreien komischsten, den ich rolle auf dem Fußboden und höre nie wieder damit auf, den ich pinkel mir vor Lachen in die Hosen, die ich gar nicht anhabe, den lustigsten Witz aller Zeiten? Erdackel, das wird bestimmt Knaller. Woher weißt du das? Moment. Was sagt ein Ballon zum anderen? Keine Ahnung. Ich hab Platzangst. Da hab ich aber auch einen, pass auf. Warum platzt ein Ballon? Keine Ahnung. Aus Platzgründen. Warte, warte, ich hab noch einen, ich hab noch einen, noch einen. Was ist bunt und knallt? Äh, äh, kein Ballon? Nee, Konfetti. Ach, selber Fetti? Wie? Konfetti. Hä? Äh, Moment. Bunt, knallt, Konfetti? Puh, das ist ja auch ein Knaller. Ja, aber weißt du was? Ja. Jetzt zum Schluss unseres Karnevalskonzerts kommt noch ein richtiger Knaller. Oh, soll ich nochmal pupsen? Na, auf keinen Fall. Ach, schade, ich dachte, jetzt kommt nochmal was mit Flattoling, Prominenz da oder wie das? Ja, stimmt ja auch. Jetzt kommt ja auch Prominenz. Und zwar Mirko von dem Black First. Oh. Wie soll das nur wieder jungen, was blieb, dann hück noch stammt, die Hücher und Jassen, die Stünsche beim Klafen, ist das vorbei. In der Weitschaft auf der Eck, stammt die Männer an der Thek. Die Frau lückt schon sitzen beim Schwäzchen zusammen, ist das vorbei. Was auch passiert, das eine ist doch klar. Das schönste, warte mal an, schon all die lange Jahre, ist unser Fede. Denn, hey, hält mal zusammen, ja, war doch passiert, in unserem Fede. Und, hey, hält mal zusammen, ja, war doch passiert, in unserem Fede. Und, hey, hält mal zusammen, ja, war doch passiert, in unserem Fede. Und, hey, hält mal zusammen, ja, war doch passiert, in unserem Fede. Und, hey, hält mal zusammen, ja, war doch passiert, in unserem Fede. Ja, ich glaube, ich bin eine Gans geworden. Ich habe überall Gänsehaut gekriegt, ja. Aber eigentlich lautet der Text ja ganz anders. Egal, egal, was auch passiert, das eine ist doch klar, das schönste, das wir haben, ist ein Hund mit Dackelhaar. Hier, aber sag mal, ist jetzt wirklich schon Schluss? Ja, leider schon. Ja, ist auch gut, weil ich muss eh dringend mal Gassi, bevor noch was passiert. Ich würde sagen, es ist mir Zeit, denn das war's, das etwas André Karnevalskonzert. Mit Dackel und dem WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Rasmus Baumann. Und Mirko Bäumer von dem Black First und Basti Kampmann von Kasala. Alarm, Karneval, Alarm, BDR Funkhausorchester, Alarm, Dackel, Alarm, André, Alarm, 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 Alarm. Dankeschön, tschüss zusammen. Tschüss.